Servus und herzlich willkommen auf unserer Baustelle. Die Arbeiten für den Erdhoßhub und den Keller sind bereits passiert, aber sonst schaut es nach noch nicht viel aus. Die Umgebung ist wirklich schön. Da hinten ist der Wald, in die andere Richtung sind die Berge. Schön im Grünen und doch nah zur Stadt. Immer wieder, wenn ich hier stehe, finde ich es echt genial und beeindruckend, wie am Ende hier unser Haus stehen soll. Also, hier wo ich mich gerade befinde, da wird das Wohnzimmer entstehen. Ja und da drüben die Küche. Ja und der Rest einfach drumherum. Jetzt gerade werden die Ziegel geliefert und gleich optimal auf der Kellerdecke zum Losmauern verteilt. Wir bauen mit Eder V50 Vollwertziegeln. Die 50 im Namen sagt schon aus, dass die Wandstärke 50 cm dick ist. Alle Ederziegel sind rein aus Lehm und Ton, also natürlichen Rohstoffen, gebrannt. Innen sind natürliche Mineralbauflocken ohne Bindemittel oder dergleichen und außen ist eine hochwertige Ziegelhülle. Deshalb haben wir uns für den Eder V50 Vollwertziegel entschieden. Das heißt, soweit ist eigentlich alles vorbereitet und die Mauerarbeiten können beginnen. Genau gesagt, morgen geht's schon los! Untertitelung des ZDF für funk, 2017